Die kennt ihr ja alle, die Feuerwanzen. Aber wisst ihr auch, warum manchmal zwei aneinander kleben? Das klären wir in diesem Video. Willkommen zu Wirbellose Kennenlernen mit Virensekt. Und zwar paaren sich die einfach. Die Kopulation kann dabei mehrere Stunden bzw. teilweise sogar mehrere Tage dauern. Und so sehen übrigens die Larven aus, die innerhalb eines Jahres fünf Entwicklungsstadien durchlaufen und sich fünfmal häuten, um so auszusehen, wie man sie kennt. Für mehr Wissen gerne folgen.